Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks. Ihr seid dabei bei meinem Videotagebuch 2013 am Goods of Hemmendingen. Ich zeige euch jetzt die ersten Arbeiten, die anfallen, um Blumenkohl, Salat und Karotten zu pflanzen. Die erste Arbeit ist das grobe Abziehen mit einem Grober, den Boden einzuheben. Die nächste Arbeit wird das Kreiseln und das Dünger streuen sein.